Da liefen die Leute, es klappt. Sehr geil. Hab ich doch gesagt. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Mit dabei der Linse Swiss, der Linse Major, der Bro, der Linse Talrock und der Linse Mono. Wir haben uns jetzt einen Clan-Namen gegeben, einfach nur um ein bisschen Angst zu verbreiten. Und instant haben die Gegner gelieft. Wie ich wahrscheinlich auch am Anfang der Folge zeigen werde, die ganzen Gegner gelieft. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der Swiss-Tag hat nicht vergessen. Das ist sogar richtig. Die haben meinen Namen gelesen und haben gesagt, oh shit, der OP-Bro. Ja, du solltest dich OP-Bro nennen. Ja, Tachanka, ne? Oh, ich hab ganz vergessen, dass das Bro ja unser Tachanka ist hier. Wir haben Tachanka oder was? Ich glaube, irgendwie haben wir den Runde steht gespielt. We need to protect the Biohazard Container. Kostung. Ich werde Luken machen. Ich hab ja erstmal ein bisschen die Mausumfälligkeit abgecheckt, weil die ist hier ja ganz anders. Komm, es war ein Kerl. Bisschen. Bisschen, das ist bei mir. Hallo, bist du. Ich glaube, mein PC-Erkritt... Übrigens, Mono, du kennst dich noch mit PC und so ein bisschen aus. Was ist denn eigentlich das für ein Problembild? Ich muss kaum ein Aspekt, muss ich immer erst minimieren und dann wieder maximieren, sonst, äh... lag das im... äh... Äh, ich hab keine Ahnung. Geil. Frag mal Nintendo. Vielleicht können die da ein Patch rausbringen. Wirst du da bleiben oder kommst du wieder zurück? Na, ich komm zurück. Kannst du eigentlich Nintendo-Musik in deinen Videos verwenden? Ja, dann haben wir ja das Best-Off mal gesehen. Das fanden wir nicht so geil. Hab ich schon überlegt, ob ich eine E-Mail schreib. Glaube ich nicht. Okay, dann muss ich da auf Nintendo mal eine E-Mail schreiben. Das ist irgendwie so ein komischer Honk. Ich hab übrigens... Ich hab übrigens beim Best-Off gesehen, wie du meinen Premium-Kill da... Na klar. Meinen Premium-Kill da mit der Pistol, wo ich einfach nur da gestanden bin und... Weiß schon jemand, wo die herkommen? Nee. Ich war noch am Umlaufen. Das kann ich nicht, was ich machen soll. Der Linse Mario guckt Drohne. Herr Kamera. Ja, die haben... Die Außenkamera ist zerstört. Awww. Also wissen wir jetzt eigentlich gar nichts. Nee, 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 nee. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Ich bleib jetzt einfach hier hocken. Lass doch Bananen raschen. Echt, Mau? Ich hab die Treppe hinten im Blick. Äh... Oh, Luke! In der Garage. Also da muss... Skywalker! Dem Eingang... Oh, äh... René, übert dir die Luke. Net ist offen. Ein bisschen. Ach, sag das doch. Hab ich... Hat man das nicht gehört? Okay. Ist Garage noch aktuell? Das ist wie mit Mochi reden. Der gehört auch erst alles auf dem fünften Mal. Ey, die ist ja schon angeschlagen. Irgendwas hat gerade eine Nate, äh... Abgefangen. Garage immer noch aktuell? Da ist eine Drohne reingekommen. Da ist eine Drohne reingekommen. Also nicht... Sind die gedroppt in der Garage? Kann die die Drohne mal wecken? Ich hab jetzt drei Drohnen weggemacht. Nee, die sind nicht gedroppt. Der hat eine Drohne runtergeworfen, ne? Ja, also sie sind im Eingang. Von oben... Von oben... Irgendwo ist ein C4. Nice! Ich wünsch dir, das ist eine Granate, ey. Da könnte ich die ja schön hochwerfen. Ja, das ist ja dir eine gekauft, du Lutscher. Echt mal. Dann können wir sich hier keine Granaten kaufen. Ich hab auch erst mal B gedrückt. Nee, ist auf jeden Fall... Fuck! Ach, hier ist fuck! Einer noch unter mir, aber auch einer über mir. Äh, neben mir. Pass mal auf, da ist fuck! Garage 2 mindestens. Treppe kommt an. Ist jetzt... Hab ich. Ich hab zwar keine Ahnung, wo der herkommt. Kann mir mal jemand erklären, wo hier was passiert? Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich hab das Spiel schon leer. Echt, das ist aber wirklich so. Mit dem spitzen Ding auf die Gegner zielen und abdrücken. Wenn du mal eine Zeit lang mit spielst, dann kannst du das vergessen hier. Da ist eine Wande aufgegangen. Da so. Ich hab auf jeden Fall links was von Mario. Ich weiß nicht, ob es oben ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob es oben ist oder nicht. Ich hör aber irgendwann. Hat jemand die Luke nur im Blick? Ja. Nein. Ich hab, ich hab die Kamera für Mono. Wolltest du da jetzt auf? Das war Ash. Mono, konzentrier dich mal nicht so krass darauf. Ich hab die Kamera hier. Ich sag dir Bescheid, wenn hier was passiert. Hm, ist da nicht. Ist auf der anderen Seite passiert. Keine Ahnung, wie der mich jetzt sehen konnte. Guck ich mit's an. Ach, da ist ein riesen Loch! Ah ja. Ach, da hat der aufgemacht, der Ash. Okay. Nice. Ich hab Ash gehört, dass der was aufmacht, aber ich wusste nicht was. Egal, ich hab einen geholt. Pflicht erfüllt. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Komm, Rook, sind nur noch zwei. Die Kamera haben wir leider keine für dich. Wir haben heute leider keine Kamera für dich. Ach, komm! Oh, unentschieden. Lol. Hast du zwei Down oder was? Du hast ein Draw gemacht? Ich hab zwei Down gemacht. Der eine lag da links, der andere lag da neben dir. Einen hat er aktiv gekillt. Die haben sich gegenseitig gekillt. Achso. Das war ein Draw. Das ist unentschieden. Es steht weiter 0, 1, 1. Okay, es steht 1, 1. Kaum spielt dich, passiert hier auch mal wieder. Warte. Ich wollte gerade flamen, aber er hat das doch ganz gut gemacht. Ja, wenn der Zwist gewesen wäre, hätte ich auch ausgeholt. Dann wirft Zwist direkt in den Ausgang von den Terroristen und wirft dann eine Molotov, dass da ja keiner mehr rauskommt. Krass, ich hab mir heute... Ja, man muss nicht mehr Qualitätszeit nehmen, nicht gleich immer alle weglaufen. Ein Review über den Motorradhelm angeguckt, der sieht genauso aus wie der Fuse. Mega geil. Das ist doch der Helm von Dingens hier, von... Ich fand den auch geil. Garage. Wo ist denn das Ding? Das ist der Helm von der Totenkopf. Wow, lass mich hier raus. Fuck. Bro, lass mal P90 rushen. Okay. Wie wird das hier? Ich will das nicht tun. Hier, bei dem Spiel kannst du irgendwie nicht rushen. Wie scheiße. Da kannst du rushen. Da gibt es auch keine Banane. Okay, mach ich gleich mal. Da gibt es auch keine Banane. Ihr habt hier so eine richtig krasse Waffe. Ich gebe es hier auch nicht. Das ist sowas ähnlich. Einer ist auf jeden Fall oben auf der Reling. Haben die oben verstärkt? Ich hab gerade wieder B gedrückt. Da ist 10 Punkte. Das ist das einzige, was Mono will. Der will nur die 10 Punkte am Anfang haben. Weil der Rest in der Runde passiert. Das ist ihm völlig egal. Äh. Ich, 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 ich. Stopp, 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 stopp. Ich werde vorher vorbeilaufen. Bevor die Tür auf ist. Ich wollte nur so ein bisschen. Vielleicht treffe ich einen. Wir werden auch mal kurz gucken. Da ist jedes Motorrad. Ich werde Steps. Ich werde Runde. Ich gehe in den Wald. Geil. Mach auf, Renni. Mach auf, Renni. Wollen wir die mal aufmachen? Nice. Den ersten habe ich. Hast du mal die gespottet, weil hier irgendeine Kamera ist? Die ist aber kaputt. Die haben Valkyrie, ne? Wir müssen ja eben beim Swiss in der Ecke sein. Ne, 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 ne. Ich bin Blackbeard. Hostile Aktivität. Neutralize die Grenze. Ja, weil die Kamera hier hätte ich kaputt gemacht. Deswegen habe ich nur gedacht. Das ist ja dumm jetzt. Pass oben auf. Ist schon einer drin? Ja, wow. Der Russe. Wo, 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 Bro? Ah, da oben irgendwo. Keine Ahnung. Kann man da durchschießen durch diese Dinger? Ja, wenn der dran vorbeischießt. Also genau auf das Ding, dann kannst du natürlich nicht durchschießen. Der ist auf jeden Fall oben. Der oben ist, äh, Dingensivier. Oben rechts eher, oder? Puls. Der ist nach links weggelaufen. Von hier aus. Wieso ist der immer noch da? Was habe ich gesagt? Gut entdeckt. Oh, der ist immer noch da oben. Der ist rechts. Der muss ja eigentlich gesehen haben, Mono. Ja, ich sehe da, Mann. Wie geht mir das da? Komm her weg. Weil diese scheiß Camper, die können halt nix, ey. Boah, jetzt kriege ich gleich Tunnelblick. Wer lebt denn noch? Alle nach Outzeit. Einmal nach zwei Minuten Zeit. Aber man muss schon sagen, das Spiel ist... Es ist offen. Mach den doch jetzt endlich weg. Der hat schon so viel kassiert. Alter, die hat nen Rückstoß des Todes. Ja, was hast du denn da auch für ne Schrottwaffe? Valkyrie kommt jetzt von links rein. Also von dir aus rechts. Ja, von da. Vom Van kommt sie rein. Wurde entdeckt. Der ist halt immer noch da oben. Der muss eigentlich links sein. Da ist sie. Ja, der müsste mittlerweile links sein. Äh, ihr habt nur 1,30, ne? Oh, Achtung, Granate. Komplett durch. Komplett durch, Mono. Komplett durch. Unten, da liegt auch nur einer. Ich wurde schon wieder entdeckt. Wurde die Verletzte. Ja, die wird dann ne Kamera rausgeworfen haben. Ja, eine hab ich auch schon weggemacht. Ich hab schon 4 Leute gekillt, ne? Also... Also, unten, da, durch, wo Swiss liegt. Durch, direkt unten. Ich weiß nicht, wo Swiss liegt. Ich werd schon hier dann... Da, du stehst auch nicht. Die Leiche, da wo du daneben stehst. Stopp. Da ist immer noch dieselbe Kamera. Du hast die bloß nicht zerstört. Das war schlecht. Muss ich hören. Ja, hab ich ja. Deswegen sag ich ja, das war schlecht. Ja, das stimmt. Auch noch vom Franzosen gekillt. Ich würd halt interessieren, wo die blöde Kamera war. Ja. Wie fühlt sich das an? Vom Franzosen gekillt? War das ein Franzose? Ja. Den soll ich das Spiel jetzt. Gott. Schlecht. Oh Mann. Ey, ich hab das Spiel schon seit, gefühlt 8 Jahren. Ja, hab ich aber auch grad gedacht. Wenn der Zahl schon am ersten Platz ist. Dann muss einiges nicht stimmen. Das sieht doch nicht gut aus für uns. Das stimmt. Schön, wenn der Bro erste wäre. Ey Bro, lass mal deine CS-Go-Skins hier raushängen. Nimm mal den Sniper und hau die alle weg. Warte mal. Geh, ne. Geh, ne. Geh, ne. Geh, ne. Geh, ne. Habt ihr nicht. Ah, schade. Nächstes Mal vielleicht. Ach, was ein Bullshit. Der ist ja jetzt kurz zu schalten. Da hatten wir schon mal hier. Ich hole hier wieder einen Draw raus. Den haben wir auch verloren, ne? Du kannst nicht mehr mit den Grenaden verhören. All 4,5! Den haben wir auch verloren. Der Wacken-Matt. Der Wacken-Matt. Der Wacken-Matt ist aufgerufen. Der Wacken-Matt ist aufgerufen. Der Wacken-Matt ist aufgerufen. Ups. Ups. Wen hast du jetzt angeschossen? Niemand. Das ist ja das Problem. Ja, kann jeder sagen. Die Scheiß-Drohne. Mach die doch jetzt, du hast ne Schrotze! Ja, aber die waren zu weit weg. Lass mal bitte die Türen auf. Ich komm gleich wieder rein. Welche denn? 5 Sekunden und kümmern. Biohazard-Kontainer-Lokation unkündigt. Oh, ich hab noch keine Westen. Oh! 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 Ich mach jetzt die Türen zu. Du bist richtig auf. Was machst du? Ich brauch' da immer so lange. Alter, wie gut, dass wieder alle ist. Ja, die kannst du gerne jetzt zu machen. Wobei, die mach' ich eh gleich wieder auch. Cool. Wo war das? Draußen. Warum draußen? Der wollte ja halt Banane rushen. Echt mal. Das ist alles... Das ist alles, aber da muss ich schon sagen, da hat der Proreter das alles viel langsamer als ein Counter-Strike. Warum kann ich nicht da draußen gehen? Warum wird dann direkt das Bild so scheiße? Ja, das stimmt aber. Da kriegst du dann immer direkt mit Schriftgröße 80. Sie verlassen jetzt das Bild. Mach mal die Liste kaputt. Sie verlassen. Da ist noch eine. Du hast deine Wissnung vergessen. Wir haben ja alle. This is happiness. Weiß jemand, ob jemand in der Bar... Warte, warte, ich muss da mal kurz zurückschreiben. Ich kann keinen sehen, aber Kamera. Ja und ne. Ich seh, ich guck auch gar nicht Kamera. Bro muss Kamera gucken. Bro, guck mal Kamera. Wie geht das? Du hast ne... Fünf. Okay. Bro hat noch weniger Ahnung als ich. Das ist schon mal gut. Ne Ahnung. Da ist ne Treppe. Ich hör's über uns. Das ist ja jemand in der Bar. Dafür haut der in Counter-Strike doch alles weg. Ist ja ne Treppe. Dann seh ich noch so ne komische Fahne. Puff hat er gemacht. Wo? Über Banane kommt jemand. Über Banane? Über mir. Über mir. Haben die die Decke kaputt gemacht. Können nicht rein, aber durchschießen. Schön, René. Oh, die Tür hier ist offen. Oben der Boden. Äh, die Decke. Ja. Für oben ist das der Boden. Für hier ist die Decke. Der ist gedroppt. Oder nicht? Warum machst du denn da nicht weg? Hast du was gesehen? Ne, ich hab auch gerade in die andere Richtung geguckt, weil du da standst. Wird schock. Okay. Ey, du nicht. Ich hör ne Drohne. Wenn ich dir sagen könnte. Wie ist das hier eigentlich? C4? Die Drohne, die er runtergeworden hat. Wieso trägst du eine Maske? Die hab ich direkt kaputt gemacht. Keine Chance mehr. Oh, ich und Swiss liefern uns ein Duell. Wer wäre schneller, wer kriegt den, der dann gleich runter droppt? Ich dachte, da wäre schon einer gedroppt. Das ist mein Problem. Da hat irgendwer geflasht. Das ist ne EMP. Die ist aber nicht von oben gekommen, ne? Keine Ahnung. Jetzt haben sie die Wand wieder offen, ne? Alter, auf der Treppe ist Twitch. Er kann nix. Twitch. Warum tut der nicht Hitbox? Ich hör Steps. Der ist oben. Ich glaub, einer guckt hier immer noch durch das Loch. Oh, das soll er ruhig machen. Die müssen zu uns. Weißt du's? Schön. Der, der oben, der hat voll Panik. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist einer wieder, einer ist hinten die Garage wieder hochgelaufen. Ja, aber der kann ja da oben eigentlich nix durch. Haben die eigentlich keinen Thermite? Äh, ne. Seid nicht so. Oder Thatcher läuft da gerade hin. Weil wir hatten hier den Blut hingestellt. Ja, es wird halt auch noch nix geshermited, deswegen. Hab ich eigentlich damit gerechnet, dass die oben die Lüge... Ey, den Tunnel gucken macht jetzt keinen Sinn. Oh shit. Die sprayen durch die Tür. Von ganz hinten. Bei Mono. Bei dir praktisch. Also die Treppe ja um die Ecke, da. Um die Ecke, ne? Oder was? Ach so, durch diese Tür. Ja, der seh ich leider nicht hin. Hab ich falsch vor. 2 Stück sind was. Das ist Bullshit. Das ist doch Bullshit. Der defused. Keine Ecke. Nice. Einfach zickzack. Einfach ich hab den Zorro-Set gemacht. Der war echt die Zeit zu Ende oder was? Weil der eine lebt ja noch nicht. Keine Ahnung. Der eine war die Zeit zu Ende. Hauptsache gewonnen. Ja, so noch ein Killchen wär ganz nett. Wobei immerhin noch mehr als der Bro, ne? Der ist auch nicht viel bald. Der Bro gehört ja auch nicht zur Linse. Genau. Der hat sich die Linse noch nicht verdient. Boah, seid ihr Spatz? Jesus. Man tossiert mich auf. Ach komm. Sag das jetzt nicht. Sag das nicht, weil es morgen in der Früh heißt, ich will doch Linse sein. Ja. Na? Dornacht weint sich wieder in Schlaf. Neh mich in Kauf. So. Ist dann so. Oh Gott. Dann hab ich gleich ein Doppel verloren. Nee, dann wirds eigentlich besser. Ein Bier ist immer gut. Dann nachts mehr als ein. Wo war das? Was haben wir mal gespielt, wo du völlig daneben geballert hast, als du ein Bier getrunken hast? Dann wahrscheinlich Rainbow Six, sonst spielen wir nicht viel, wo man ballern kann. TTT. Ja, das stimmt. Boah, wir müssen unbedingt zusammenlegen für Counter-Strike für Mono. Dann kann er da auch mitspielen und mitragen. Echt mal. Einer fehlt noch. Oh, du hast mich echt gesehen! Oh, ich dachte nicht. Der hab ich auch. Ich war auch da in dem Schrank. Fährt Bro noch. Bro fährt. Bro fährt wieder raus. Da musst du dich halt umdrehen, dann sieht man dich wirklich nicht. Ich wollte nur mal gucken. Ähm, Swiss diesen Kellern, ne? Ich weiß, jaja. Das Swiss diesen Kellern. Ich will hier nur durch die Wand oben durch. Jerome, nimm mal durch die Wand. Ihr passt hier da irgendwie... Oh fuck, Hammerera! Du Lunca, da stand einer! Du hast den Kill versaut. Alter! Ich bin geradeaus gelaufen! Ich kann dir also nicht in den Weg gelaufen sein! Da stand einer an der Tür! Ja, trotzdem hast du mich abgeknallt. 37 hab ich noch. Den hab ich auf alle Fälle einen mitgegeben. Ja, schu... Ja, die auch. Jetzt hab ich wieder den Motor... Ich hab den Motorrad gekillt! Also hier unten unter mir ist sozusagen Cavera drin Ey Bro Möchtest du mal hier reinführen? Granate! Oben war einer Easy Achtung Ich dachte schon ich kriege jetzt auch aufs Die waren ein Zentimeter zu weit Deswegen ist der von mir gar kaputt gemacht worden Aber dann ist Jäger jetzt down ne? Weil wir haben ja schon mal eine Granate drin Da war nix Oh kann man nicht springen? Das ist wirklich full Also ich glaub Velka er war da Die hat gefressen Und Mono auch Absolut richtig Äh in dem anderen Gebäude da oben Zwist da ist jemand drin Bei mir? Da wo ich gepinkt hab What? Lalalala Oh ich hab ne Deagle Und wer? In Counter-Strike schon nix Keine Ahnung Kann ich in Counter-Strike schon nix mit der Deagle Ich hab die komische Dinge ins Weg gemacht Das ist ein Laserpointer-Ding Okay wir bräuchten Thermite Um hier oben durchzukommen Also bekommen wir bei TT-TÜV Haben wir dann zwei Malte? Weiß ich nicht War das da? Ja haben wir Oh praise Wenn du zu mir kommst dann kannst du Ich hab leider keine Drohne mehr Wie geht denn hier gleich nochmal geräuschlos gehen? Hier zu mir Alt Shift Alt Ich werd mal Vorlauf nehmen Ich hab leider keine Drohne Wenn du eine hast kannst du mal kurz zur Treppe gucken ob da jemand ist Ist da noch jemand drinnen bestimmt ne? Ich bin hier im Eingangsbereich Und? Okay Er sitzt da noch auf der Treppe Bloß raus Ja Egal ist das Alter Ich bin so kacke Machst du auf? Das war so mega schlecht Puls ist unten an der Treppe Ja Boah das war so mega schlecht Der hat ganz so Ah Gott Ich bin schon mit dem Bier Links? Ich secure mal ne? Oh du bist schon drin Natürlich Da ist einer rein Jetzt Jäger tot Da ist Contestal Da ist auf jeden Fall neuer Da ist einer Direkt unter mir Einer hab ich weggemacht Da ist aber nur einer Da ist der Da ist der Alter Dead aim Schon wieder Ich hab getroffen Wer hat hier mich geflasht Ich war das Ich hab die Runde geholt Ich hab gewonnen Oh wir haben gewonnen Das war's schon Du hast mich geflasht Ach Meister hat mir geflasht hier Ich hab die Runde geholt Ich glaub ich muss meinen Tod in dieser Folge verpixeln Warum war der wirklich so schlecht? Ja war richtig Ich hab den 3 mal drücken müssen Nach 17 Jahren kein Rainbow Sixen Jetzt direkt MVP Das gehört sich so Hast du gerade irgendwie Alle Kills gemacht? Ne einen hab ich gemacht aber Fehler Ja Texture Map Fail 0x8 Ich hab ne Fehlermeldung irgendwo Aha Aha OBS hat ne Fehlermeldung Ja gut Schöne Runde für den Zyrok Nicht so schöne Runde für mich Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen Matchbewerbs Ich muss OBS neu starten Viel Ich hab Dinge mal